Ich bin Holger Börner, revolutionäre Sozialist und Propaganda-Rapper. Generell bin ich der Meinung, dass man sich nicht nur defensiv auf die Frage von wir reagieren auf Repression organisieren sollte, sondern die Polizei ist dazu da, die Macht in diesem Staat zu beschützen. Und die Macht in diesem Staat konfrontieren wir nur mit der Mehrheit der Menschen, die unterdrückt sind von Kapitalismus. Und ich glaube, dass es darum geht, Hunderttausende und Millionen Menschen im Kampf um ihre Arbeitsbedingungen, im Kampf um ihre Wohnbedingungen, Lebensbedingungen zu bringen. Und wenn da die Konfrontation mit der Staatsmacht kommt, sieht man, auf welcher Seite der Staat ist. Ich glaube, wir müssen vor allem mehr werden und vor allem viel mehr in die Bevölkerung reinwirken und Kampagnen führen, die offensiv für ein besseres Leben und gegen das kapitalistische System gerichtet sind. Was nicht kaputt macht, alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Was nicht kaputt macht. Was nicht kaputt macht, alles was ich gerade mach, macht kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, macht kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach, war kaputt, was nicht kaputt macht. Alles was ich abwag, alles was ich gerade mach. Vielen Dank.